Tristan ist gerade dabei, eine Diamantenversicherung abzuschließen. Wie sollen wir denn so die Firma ruinieren? Es ist günstiger, die Summe jetzt zu erhöhen, als im Nachhinein den Vertrag zu ändern. Lassen Sie mich raten. Ich soll die Drecksarbeit übernehmen. In die Bibliothek einbrechen und den Vertrag fälschen. Nein. Fälschen tut die Chefin immer noch gerne selbst. Ich komme aus der Bibliothek. Jede Wette, dass er dich mag. Er hat nur Angst davor. Oder er hängt nach irgendeiner alten Beziehung nach. Irgendeinem Ex, den er nicht aus dem Kopf kriegt. Du willst unseren Jo zu einer Party nötigen? Überraschung! Bitte macht nichts kaputt und seid vor 12 Uhr wieder weg. Alter, ich habe gerade Bescheidung hinter mir. Trotzdem renne ich hier nicht rum und zergeb ihm Selbstmitleid oder lass meinen Frust an irgendwelchen Leuten aus. Es ist wirklich kein Wunder, dass er den Ex nicht mehr mit dir ausgehalten hat.